Fuck, Kältschmeider. Und ich blieb noch unter! Ey, Nick, ich hab noch... ich nehm noch grad gar nicht auf, Alter. Fressen Sie jetzt auch? Äh, ja... Äh, kommt mal hier nach oben, weil hier kann man weiter. Ich glaube. So, willkommen, Leute. Ähm... ... zu meiner Folge... ... mit welcher Katze? Ich muss nur aufnehmen! Oh, schön, lass mal aufnehmen. Ach, Kältschmeider. Fuck, Kältschmeider. Und ich blieb noch unter! Ey, Nick, ich hab noch... ich nehm noch grad gar nicht auf, Alter. Ja! Ja! So, und wir gucken, wie du gestorben bist! Kannst du mich bitte telepastieren? Kommst auf dich zurück. Hä, wenn ich hier das Fenster... Ja, gleich geht hier. Ey, nächstes Fenster wird gar nicht ausgewählt. Ja! 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 Ist sie da? Leute, jetzt sind wir auch wieder hier bei uns. Äh, geht mal nach oben! Ich hab grad leider... ... was soll das denn?! Ach, ihr seid schon weitergegangen! Ich wollte springen! Aber auch diese werden lachen, ne? Wie kannst du dich verarschen?! So ein Assi! 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 Wirklich? Ist so ein Wichser! Boah, ich bin der Kälber! Mhm! So, willkommen zurück! Ähm, wir haben hier jetzt ein paar... So! ... ähm, so Kassiwets, weil wir ein bisschen unbündig sind... ... und in den Fronten nicht geholfen sind... ... und die sind extrem vielfältig verletzt... ... und ich bin da auch... ... in den Schampern. Bin durch! Ich seh ihn nicht, weil ich Schäler drin hab, also das ist noch optimaler. Mach ihn aus! So optimal! Ich glaub, wir kommen jetzt allgemein nach... Warte? NEIN! Was ist? Leck mich, leck mich! Bist doch schwul, oder was? Hier, jetzt... Hast du mich da grad erst mal runtergeschossen? Hä? Chris! Hä, ich hab nichts gemacht! Ich bin schon weiter! Hä? Hey! Ich hab mich auch nicht geschossen! Achso, hier ist ein... Aber ich bin tot! Hä, wie komm ich jetzt hier wieder nach oben? Ich steh jetzt an meiner Zuckerstange! Hört sich jetzt mit dem Velo an! Boah! Hä? Wie komm ich jetzt hier wieder nach oben? Räume durch! Ja, ich fall dann noch runter! Nein, 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 du darfst mich jetzt gerade ausspringen! Du musst nach links! Ja, ich! Oder nach links! Oder nach links! Egal! Ja, ich bin eben grad... Leer! Warte, da... Ich hab nur noch ein Pfeil! Warte, was ist hier denn... Manchmal was gleich Kill machen, weil sonst komm ich hin... So... Out! Oh! Oh! Was ist das? Okay, ich mach mal Schräder aus! Okay, ich mach mal Schräder aus! Garnus, Leute! Und was gibt's denn nochmal verdammt durch? Ich hab das Feuerzeug! Na, ich sag nicht! Äh, macht Brightness... Äh, macht Brightness ganz hoch, hab ich jetzt auch, ja! Nein, dürfen wir doch nicht! Ja, aber sonst sieht man ja nichts! Ja, das sind übertrieben viele Spinnen! Mach das Geräusch einfach aus! Fuck! Wo denn? Fall einfach hier unten gelissen! Hab Feuerzeug gefunden! Ähm... Ich hab nicht gesehen, würde... Blowing High geworden! Boah, ich bin jetzt auch glücklich! Ich sag das mal richtig aus! Ich bin auch schon... Ähm... Ihr dürft nicht nach unten eigentlich! Man muss hier lang! Weil da kann man nix machen! Ja, Krips, aber da stand ein Hinweis! Und hier braucht's, als ob's weitergeht! Ich glaub, wir sollen hier irgendwas machen! Warte! Kann ich zwei da Leute rein oder so? Kann ich da was reinwerfen? Hier ist ein Dispenser, aber nicht so... Normalerweise ist das... Ich mein, die ist ja für ein und das ist drei Spiele ausgelegt! Also muss man die Map auch schaffen, wenn man... Weil da unten... Wenn man da unten drin ist, ist nichts! Doch, da kann man was reinwerfen! Moment mal! Aber hier steht, ähm... Heinz, Lauren... Hein... reinwerfen, was? So fast... Ja, guck mal, da ist... Warte, hier ist noch ein Schild! Warte! Heinz, read the journal! Jetzt kommen wir nicht mehr raus! Doch, du musst da unten, da ist so ein... Wer hat das Buch? Ähm, ich! Was war das? Ich weiß, du musst da unten reinschießen! Ach, reinschießen? Ja, das passt... Das passt am besten! Ich glaube, ich hab jetzt, oder? Ja, ich hab getroffen! Dann kommen wir wieder raus? Ich hab keine Ahnung... Hey, hier steht, ähm... Hinweis, wir sollen das... Dings lesen... Das Journal... Und hier steht noch Hinweis... Hier, jetzt gleich mit dem Buch! Slow... Ah, ja, danke, warte! Ich kill mich jetzt einfach nochmal! Was? Einfach das Beste! Es sind noch so viele... Spinnen! Das ist das Auge, Leute! Da oben ist das Auge! Ja, ich weiß... Scheiße, scheiße! Hier steht das Long Eyes Must Cry! Fly to fire at the captain's place, find the X and place the key! I have no idea what this means, I have no map of the... ...short place... Scheiße, was das bedeuten soll! Warte, ich hab hier das Auge, ja? Muss ich damit irgendwo hingehen? Ja... Ach so... Aha... Muss ich damit irgendwo hingehen mit das Auge? Mit das Auge? Mit das Auge? Mit dem Auge? Mit dem Auge, weil ich hab ja ein Auge! Also die Karte davon! Ich weiß nicht, wie die ganzen Spinnen eigentlich kloppen, aber dann geht mein Schwertkraft durch! Wie kommen die denn da hoch, diese alten Spinnen? Ja, weiß ich auch nicht! Aber ich bin jetzt ja da! Ich weiß auch nicht, was die Drockplatz hier macht! Warte... Warte! Warte, ich bleib mal drauf stehen einfach! Genau! Warte, ich bleib mal drauf stehen einfach! Vielleicht müssen wir das ja auch einfach anfinden! Weil der sieht aus wie Nazarex! Warte! 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 Warte, die Kiste noch mehr! Äh, die... Habe ich schon alle! So... Ja, dann macht man hier mal Feuer hin! Nein! Nein, dass man nicht brennt! Bitte! Okay! Gleich bist du tot, ne? Geh, jetzt brennt alles! Und dann steh ich... Ich bleib hier einfach mal hier drauf! Warte, wenn ich hier so drauf bin... Moment mal, wer hat die Maps? Ich hab die! Ja, gib mir mal die mit dem Auge! Wieso? Ich hab auch noch die mit X! Ja, ich brauch für dich sogar nur die mit dem Auge! Ganz kurz! Wir müssen es schaffen, dass das Auge weint! Aber wie? Du musst irgendwas da oben öffnen! Dann kommt bestimmt Wasser! Guck mal, da oben ist auch ein Pfeil! Warte, ich kletter dich einfach mal oben! Ja, mach ich gerade! Wir sind ganz, ganz viele Spinnen! Also nicht ganz viel, aber super! Who should read the journal? Nein! Who should read the journal? Ja, komm! Hint heißt Hinweise! Ja, ja! Nein! Wer weiß das so! Ähm... Was denn nun? Ach, man kommt die auch wieder rauf jetzt, politisch, ne? Hab ich doch gesagt! Von unten! Ja! Muss einfach wieder hoch! Ich bin jetzt die ganze Oma! Ich kann hier nix machen! Ist da irgendwas? Nee! Was man anschnitten könnte, oder so? Man kann hier alles anschnitten, oder so! Nein, und die Messer weg, oder so! Nee! Och, Mann! Ja, das ging mir hin! Das ist dann noch ein Rätsel, so! Ja, dann rät ich noch nicht drauf! Und gut, dass ich nie rätselig viele Spiele! Das ist ganz der Vorteilhaft! Ey, hier tropft was durch! Ja, dann... Da ist Wasser irgendwo! Warte... Ach... Ach was... Hm... Hat jemand so mal die Karte irgendwie gelesen, irgendwas von uns anzusehen muss? Vielleicht ist es da unten? Da muss man aber... Und unten kommt das Wasser rein! Da kommt das Wasser rein! Guck mal, da hat auch die Flies X? Ach, ich weiß... Nein! Die Flies X? Ja... Ich... Wir wissen irgendwas... Irgendwas hat das mit dem Stein zu tun! Hier, ähm... Hier sind glaub irgendwie das... Irgendwas zum... Am... Wasser rausmachen, oder? Hier sind auch wieder solche Steine! Komm mal hier nach oben! Och, die sind da grad runtergesprungen! Was willst du von uns? Weil hier ist ein... Also es ist... Tiefer... Höher... Ja, da sind Einkerbungen! Ich weiß... Ja... Es gibt vielleicht eine Überschneidung vom X und vom... Auge! Vom Auge! Weil hier in der Mitte geht das X zusammen! Ja, aber vielleicht würden wir das nicht anzünden, damit wir ja den Schattenfall haben! Oh! Ey, das hört sich echt wie nur real an! Was denn? Was hier? Ja, nein! Sorry, wieso? Also ich hab ja das X! Also es muss schon Feuer sein! Feuer ist ja da! Seid ich sicher, dass das Trinken geht? Ich glaube ich... Ja... Vielleicht muss ich einer in die Mitte stellen und einer auf die Druckplatte sein, oder? Also ich bin... in der Mitte! Was ist denn auf die Druckplatte? Ich hab... oben... Kommt Feuer... ähm... Wasser runter! Ne... Was? Oben kann Wasser raus, kann man, ich bleibe von vorne! Kann man da hochschießen? Ne... ist nirgends ein Button oder so... Kann ich hier irgendwas drauf... werfen? Ne, ich bleib erstmal die Karte rauf, ne? Das hört nichts! Gibt noch mal einer da unten, wo... hast du aus wie ein Gefühl, die dann später aufgehen wird, wenn man sich hier die Mitte... Das hier? Ja, ich geh da hin, wenn ich sterben würde, andauernd... Meinst du hier? Ja, vielleicht ist da irgendwas... Ach, Mann, oh ne, Mann, oh Mann, oh Mann... Wir sind jetzt aber auch schon wieder bei 10 Minuten... ... angelangt... Was? Was denn da runter springt, was runter werden, was runter springt... Also... drauf geworfen hab ich schon was, aber... Hast du noch dein Wassereimer? Ich seh hier, ich seh nichts! Chris... Hä? Hast du noch dein Wassereimer? Ne, muss ich doch einem eintausen... Ich glaube, das könnte damit was zu tun... Oh, warte, ich... Pack hier einfach mal ne Fackel drauf... ... was ich hätte nichts gedacht... Guck mal, ich kann hier runter gucken... Also hier ist ja dieser Pfeil, ja? Und wenn ich runter springt, seh ich eindeutig das X... ... und seh eindeutig den Dürfen in der Mitte... Hä? Alter, was ist das für ne Karte? Ich könnt mir aber halt nicht erzählen, was das da zu bedeuten hat... Was dürfen wir abbauen? Äh... Spinnenweben... ... und diese Leaves... Und wer hat die Karten? Ich hab eine! Ey, und ich hab das Auge! Ich hab das X! Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das... Äh... Achso, ja hier... Ähm... Das... Sieht eigentlich voll geil aus... Oder ich stimme... Sie müssen hundertprozentig, weil diese Einkerbungen hier oben... ... überstimmen mit den Einkerbungen im Boden überein... Ich glaube, sie müssen da irgendwie was reinwerfen oder so... ... in die Löcher... Ne... Ein Fackel rein oder so? Nein, weil wenn... Wenn ihr mal... Wenn ihr mal... Ja! Stimmt! Weil da oben sind genau die Einkerbungen hier unten identisch... Äh, soll ich dir Wok geben, Nick? Ja, nein, guck mal, da fließt das Wasser runter! Ja, hier fließt das Wasser runter... ... und dann muss man es reinmachen, wie auch... Das finde ich mein Gott! Alter! Ich? Ich bin da noch... Ich bin da noch... Nick ich dich auch? Ja, meine liebe Leute, das ist so schwierig... Wie eben gut! Uhhh... Knase! Ich bin's nicht weiterfüßig... Boah, was ein Assi! Hehehehe! Lass mal hier Spawnfall machen! Da muss ich ja nicht immer das... Nein! Selber, nein! Das ist gut! Was? Überleg! Wie! Ihhhhh... Ehhhhh... ... Oder irgendwas in den Dispenz, einen Dropper machen und dann... ähm... ... auf die Druckplatte gehen, vielleicht spuckt das ja aber irgendwas aus, dann! ... Ich hab auch noch ein Key of theGlogan, ey! 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 ... ... wo können wir das gut setzen? Ich... bin doch euch meine Welt... Stopp! Äh... Ich... Ich... Wieso? Brennst du jetzt nicht? Das hat nicht... Was ist das, Nick? Nick, deine Brustplatte ist kaputt. Ja, das haben keine richtige Halbbarkeit, ist auch egal. Obwohl ich die coolen Namen hatte. Ähm, oder ich muss irgendwo diesen Key hinsetzen. Chris, hast du noch zwei, oder? Ja. Gib mal zwei. Guck mal, den Key vielleicht in die Mitte? Chris, gib mal zwei Teile. Boah, ja, ja. Wie sieht denn der Key aus? Einfach ein Shelter. Ja, dann setz sie mal hier. Ja, jetzt geht der Ork-Riff. Sie sind doch in die Mitte. Ja, da oben kommt Wasser. Boah, nein. Euer Ernst. Sag doch, was ich hier. Hab ich doch davor schon. Alter, man, dieses Optifane, die nervt grad voll. Oh, geht doch. Wow. Was denn, Wolf? Ja, spinnt schon wieder. Oh ne, ne Kapsel, dürfen wir die füllen? Okay, Leute, ich setz hier mal den Kapsel. Wir haben jetzt Ende der Dätsel gelöst. Engel. Boah, ich krieg doch. Aber die macht den Kapseln nicht kaputt. Boah. Alter. Spinnt. Ich bin sicher, wir haben es ein bisschen zu tun. Ich bin ja, wir sind ja nicht so. Dann haben wir ja schon eine Pferd prohibiert. Ich bin ja, wir sind ja schon.